Oft haben wir bei Aufnahmen, insbesondere bei Architekturaufnahmen, das Problem, dass wir stürzende Linien haben. Oft ist auch der Horizont nicht ganz gerade und wie uns das Lightroom automatisch bereinigt, das zeige ich euch in diesem Video. Ja, ich denke, das hier ist ein ganz gutes Beispiel, an dem wir arbeiten können. Ihr seht, der Horizont scheint nicht ganz gerade zu sein. Ich stand bei dieser Aufnahme relativ nah vor dem Gebäude und habe deshalb hier stürzende Linien. Das ist immer, wenn wir die Kamera nach oben halten, dann stürzen uns die Linien in die ein oder andere Richtung. Das ist insbesondere bei Architekturaufnahmen nicht besonders prickelnd. Ein Tilt-Shift-Objektiv haben wir auch nicht alle in der Hosentasche. Also müssen wir nachher in der digitalen Nachbearbeitung diese Geschichte korrigieren. Das ist in Lightroom nicht so ganz einfach, wie ich finde. Wir sind hier im Entwicklmodul und können mal in den Objektivkorrekturen reinschauen. Hier gibt es den Reiter Manuel und wir haben hier die Möglichkeit, zum Beispiel vertikale Linien rauszuregeln. Ihr seht, das Bild kippt uns jetzt nach oben und wenn wir hier auf der Seite die Linie schon schön gerade haben, haben wir hier immer noch eine stürzende Linie. In dem Fall jetzt nach außen stürzend. Das könnten wir jetzt nochmal nachregeln, indem wir das Bild horizontal etwas drehen. Spielt euch mal durch die Regler durch. Ich finde es relativ anstrengend, zumal die Auswirkungen direkt so gewaltig sind, dass man punktweise hier rauf oder runter gehen muss. Ich habe solche Bilder früher immer in Photoshop entzerrt. Das geht über perspektivische Korrekturen oder auch da über Objektivkorrekturen. War immer etwas mühselig. Ich zeige euch jetzt mal, wie ihr mit Lightroom 5 das Ganze viel galanter hinbekommt. Dazu setze ich das hier erstmal wieder zurück. Ich drücke die All-Taste und gehe dann hier auf die Überschrift. Ihr seht, dadurch haben wir die Möglichkeit, alle Regler in diesem Bereich zurückzusetzen. Das ist unser Ausgangsmaterial und gehe jetzt hier mal unter den Objektivkorrekturen in die Grundeinstellungen. Die Objektivkorrekturen haben wir bereits in einem vorhergehenden Video behandelt. Das verlinke ich euch hier unten nochmal und was ihr auf jeden Fall machen solltet, bevor wir dann an die Entzerrung eures Bildes gehen. Ihr solltet die Profilkorrekturen aktivieren. Denn euer Bild wird schon mal weitgehend entzerrt, Vignettierungen werden rausgenommen, chromatische Apparationen können wir auch entfernen. Und der Upright-Befehl, der sich hier unten befindet, der schließt auch euer Objektivprofil mit ein. Also das Profil eures Objektives, was hier in Adobe Lightroom hinterlegt ist, das wird in die Berechnungen mit einbezogen, die euch dann das Bild perspektivisch entzerren. Da haben wir jetzt fünf Buttons. Ein Button heißt Aus, das sind wir jetzt auch. Dann haben wir hier unten die Möglichkeit eine Ebenenkorrektur, also eine horizontale Korrektur vorzunehmen. Eine vertikale, das wird uns hier diese Linien aufrichten. Eine volle und eine automatische Korrektur, auf die ich dann zum Schluss einmal eingehen werde. Wir probieren das einfach mal aus. Ich gehe mal hier auf Ebene und es tut sich ein bisschen was. Ja, Lightroom findet hier unten diese horizontale Linie und richtet das Bild jetzt an dieser Linie aus. So ganz glücklich ist das noch nicht, weil uns kippt das Bild jetzt ein bisschen nach rechts. Im Grunde geht Lightroom hin und dreht uns das Bild bei dieser Korrektur. Ich zeige euch mal ein anderes Beispiel, wo dieser Befehl mehr Sinn macht. Das ist bei der Korrektur von Horizonten. Das hier ist ein Bild von Hamburg und ihr seht, der Horizont kippt hier nach rechts. Man könnte das Bild drehen, das ist die eine Möglichkeit. Man könnte aber auch hier die Ebenenkorrektur anwenden und dadurch wird euer Bild hier gedreht und horizontal entzerrt. Das funktioniert bei solchen Bildern ganz hervorragend. Ich gehe nochmal zurück auf unser Architekturfoto. Da war die horizontale Korrektur nicht besonders prickelnd. Was hier sicher viel mehr stört, sind die vertikalen Linien, die aufrechten, die stürzenden Linien. Und die bekommen wir mit dem Befehl vertikal sehr gut rausgerechnet. Ihr seht aber auch, dass euch jetzt hier Bild verloren geht. Deshalb, und das musste ich auch lernen, fotografiert lieber bei solchen Geschichten ein wenig mehr drumherum. Also, ich mache das nochmal aus, wenn ihr diese Szene nachher haben wollt, wählt lieber einen größeren Bildausschnitt, eine etwas niedrigere Brennweite. So, dass ihr, wenn ihr dann eine vertikale Korrektur anwendet, hier noch Futter habt sozusagen. Ihr könnt hier diesen Haken setzen, Zuschnitt beschränken. Dann wird euch das Bild so knapp wie möglich zugeschnitten. Und ihr seht schon, es geht einiges verloren. Das Wichtigste, nämlich hier unten der Boden, der fehlt. Und das ist sehr schade. Ich mache das nochmal aus und habe jetzt, komischerweise, und da scheint mir ein Bug in Lightroom zu sein, das Problem, dass ich nicht mehr das ganze Bild sehe. Ich bin noch nicht ganz dahinter gekommen, warum das so ist. Ich setze das ganze Bild nochmal zurück, was natürlich nicht im Sinne des Erfinders ist. Also, mein Tipp, diesen Zuschnitt beschränken, Haken ganz am Schluss setzen. Ich weiß nicht, ob es ein Bug ist oder ob ich da noch nicht dahinter gekommen bin, wie ich dann wieder in die eigentliche Ausgangssituation zurückkomme. Jetzt fällt mir allerdings eins ein. Wir machen das nochmal ganz schnell. Ich mache eine vertikale Korrektur, sage Zuschnitt beschränken. Ich mache das aus. Nein, ich kann es nicht erneut analysieren. Es funktioniert nicht. Also, das ist irgendwie nicht sehr glücklich gelöst. Ich setze das Bild nochmal zurück. Damit werden wir natürlich auch hier oben weitere Korrekturen zurückgesetzt. Oder habe natürlich auch die Möglichkeit, im Protokoll zurückzugehen. Das ist wahrscheinlich die galantere Art und Weise. Hier waren wir beim Upright-Befehl. So, und haben dann die Möglichkeit, im Protokoll zurückzugehen. Das rettet uns hier oben Einstellungen, die wir vorab vorgenommen haben. Ja, ein Exkurs zum Lightroom-Bug. Wir waren bei der vertikalen Korrektur. Als letztes bietet uns Lightroom hier auch noch die volle Korrektur. Bei der vertikalen werden vor allem die vertikalen Linien gerade gerückt. Bei der Ebene wird uns der Horizont gerade gerückt. Und bei der vollen Korrektur, da haut Lightroom jetzt ordentlich rein. Es werden tatsächlich alle aufrechten Linien aufrecht gestellt. Der Horizont wird uns nochmal korrigiert. Und das ist dann tatsächlich eine schnurstracksgerade Aufnahme. Was man hier eventuell machen muss, weil uns das Bild jetzt überproportional hochgestellt wird. Mal schauen, ob es geht. Wir können das Ganze über den Skalieren-Befehl etwas... Nein, Entschuldigung, es ist das Seitenverhältnis. Falsch. Über das Seitenverhältnis. Jetzt wieder etwas platter drücken, um wieder eine gesunde Proportion hinzubekommen. Dann können wir es etwas raus skalieren und dann den Zuschnitt beschränken. Und ihr seht, mir fehlt hier in dem Bild wieder Futter. Aber damit haben wir tatsächlich eine extrem horizontal und vertikal gerade Ausrichtung unseres Bildes. Die Tatsache, dass euch hier Bild verloren geht, die wird euch natürlich auch bei manuellen Anpassungen in Photoshop vorkommen. Also das ist jetzt nichts, was dem Upright-Befehl geschuldet ist. Sondern bei solchen Aufnahmen müsst ihr tatsächlich mehr Futter fotografieren, um nachher über den Bildausschnitt, der euch dann verbleibt, euer Motiv noch zu haben. Ja, ich zeige euch das nochmal vielleicht an diesem Beispiel. Wir haben hier auch wieder stürzende Linien. Wenn wir auf Ebene gehen, versucht Lightroom uns das Bild gerade zu rücken. Wenn wir vertikale Linien anpassen, haben wir hier die Ausrichtung der Vertikalen. Und bei Voll, ja da passiert hier das, das Bild ist gar nicht mehr zu gebrauchen. Und wird hier tatsächlich, oder Lightroom versucht hier tatsächlich brutal, alle aufrechten und horizontalen Linien anzupassen. Ist bei diesem Bild hier tatsächlich, ja, nicht zu gebrauchen. Verzerrt mehr, als dass es gut macht. Und dann kommt der Auto-Befehl ins Spiel. Wenn wir mal auf Auto klicken, ich mache das nochmal aus, dann sieht man es besser. Auf Auto klicken passiert folgendes. Lightroom analysiert wieder die aufrechten und die horizontalen, geht aber dabei Kompromisse ein. Also, es wird nicht alles 100% gerade gestellt. Es wird auch nicht alles 100% in den Horizont gerückt. Aber es ist ein, ja, wirklich guter Kompromiss, sodass ihr dieses Bild also, ja, auch für den Betrachter gerade habt. Angenehm gerade habt. Aber nicht so übertrieben, wie wir es hier im, ja, im Voll, in der vollen Berechnung haben. Dieser Auto-Befehl, der hilft uns bei den allermeisten Bildern sehr gut. Ich versuche das mal bei diesem Bild. Auch hier haben wir jetzt eine Ausrichtung horizontal und vertikal. Hier gehen uns natürlich Bildausschnitte verloren, weil das hier schon sehr extrem nach oben fotografiert war. Aber in den meisten Fällen funktioniert Auto sehr, sehr gut. Wenn man jetzt hier mal nachmessen würde, ob die Linien wirklich alle schnurstracks gerade sind, ich weiß es nicht genau. Es kann durchaus sein, dass Lightroom uns da noch ein bisschen, hier oben, glaube ich, sieht man es. Es geht noch ein bisschen nach links, nach oben. Aber insgesamt haben wir doch über den Auto-Befehl eine sehr homogene Ausrichtung des Bildes. Während eben der Voll-Befehl, ja, hier in dem Bild ist es, glaube ich, besser. Hier haben wir mit voll besseren Ergebnissen der Voll-Befehl uns tatsächlich dann horizontale und vertikale Linien extrem ausrichtet. Ja, am Schluss können wir dann auch den Zuschnitt beschränken. Und ja, ich habe es schon gesagt, fotografiert Puffer mit, dann passiert euch das nicht. Hier bei dem Hotel sieht es besser aus. Da brauchen wir keinen Zuschnitt beschränken. Ich denke, das hier können wir durchaus so lassen über den Auto-Befehl. Machen nachher unseren Bildausschnitt, wie wir ihn brauchen. Und haben mit dem Upright-Befehl eine ganz hervorragende Möglichkeit, unsere Bilder auszurichten. Untertitelung im Auftrag des ZDF für funk, 2017 Wir sehen uns bei euch lunället Müminseln. Aber wenn, lambikationen muss Contact und wir schauen können wir uns doch nicht so beat valves. Und dann wir schauen, wie wir uns halt 에hen können. Aber, also kann den Tag lineup Windows- önermahl, Cars Wischen zusammen. Wir sehen uns bis auf jeden Fall. Aber während wir sehen uns einfach. Czy wir sind schon j месте.